Shalom Aleichem, wir lernen weiter Treyak Mitzvot, 613 Mitzvot, heute Mitzvah 38. Nicht zu begehren. Also nicht in unsere Gedanken haben eine Manipulation oder einen Trick zu nehmen, etwas was jemand anders gehört. Seine Frau, sein Partner, sein Vermögen, sein Haus und so weiter und so fort. Aber auch so, zum Beispiel bei uns in der Klasse, macht man so, manchmal so Essenwechsel. Sagen wir mal, ein Kind aus meiner Klasse wollte, was der andere macht. Fragen dem anderen, ob er möchte, es ist erlaubt. Aber etwas tun, um ihn dazu zu überzeugen. Weil sie tauschen ja. Tauschen ist auch okay, aber was passiert, du hast, es geht darum. Also, du siehst bei jemand anders, obwohl ich bin nicht sicher, ich glaube, nicht begehren dem Nächsten ist auch über die Sachen. Also wenn einer macht Handlungen, tut etwas, um seine verborgene Gedanken, das wegzunehmen, das was dem anderen gehört. Du kannst dem anderen fragen, möchtest du tauschen, möchtest du verkaufen und wenn der andere sagt, nein, Shabbat Shalom. Aber dem anderen zu manipulieren, schicken andere Leute, schicken einen Brief, erpressen oder wie auch immer, das ist nicht in Ordnung. Okay, es ist nicht erlaubt, irgendeinen Gedanken zu machen, aufkommen zu lassen, ließt etwas einzuengen. Verstanden? Also nicht tun irgendeine Handlung, irgendeinen Trick, das zu nehmen, das was dem anderen gehört. Warum? Weil ein schlechter Gedanke ist, das zu nehmen, das was der andere will, zum Beispiel so wie in Navota Israel in dem Tanakh. Er wollte die Plantage von Achav, wollte die Plantage von Navota Israel und er hat ihn bedroht, er hat ihn eingeboten, andere Sachen zum Schluss, er hat ihn auch getötet und ermordet und alles. Also diesen Gier zu haben, das was der andere hat, seine Frau, seine Besitz und alles, macht die Welt verrückt und zum Schluss wird er ihn dazu zwingen, erpressen. Ja, noch so teuer, er wird ihn vergewaltigen dazu, das zu machen. Und dieses Verbot ist in jedem Ort, in jeder Zeit und wenn er das getan hat, ist es eine schlimme Sache und er zerstört Gottes Befehle. Und die Tora sagt hier etwas sehr interessant, Hashem wird schon sorgen, seine Rache zu nehmen. Also wenn jemand tut, niemand weiß, was ist im Herzen, ich lese dir vor, der die Vorhandlung des Allerhöchsten König übertritt und der König hat viele Boten, um ihn im Rache zu üben. Also wenn jemand tut, solche Sachen und nimmt von anderen Leuten das, was denen gehört, es ist, zusteht, verboten. Okay. Wenn ein Mensch ist eifersüchtig, eifersüchtig ist irgendwie menschlich. Aber wenn ein Mensch will, nur die gleiche, nicht dasselbe, das zu haben, das was du hast, das ist verboten. Wenn ich sehe bei dir einen schönen Kuli und ich gehe und ich kaufe, das ist in Ordnung. Was soll man machen? Ein Mensch soll wissen, ich kann nicht das, was du hast, haben. Das ist deine. Und das ist interessant. Diese Mitzvah, du sollst nicht begehren, was dem Nächsten gehört, ist auch ein Teil von Sheva Mitzvot B'nenoch. Unter welcher Kategorie? Unter die Kategorie nicht morden und an Hashem zu glauben. Wenn du glaubst an Hashem, du weißt, was dir gehört, gehört dir. Du wirst nicht gucken, ob das ist sein Teller, das ist mein Teller, das ist seine Sache, das ist meine Sache. Jeder guckt auf seine Sache. Und eine von den Gebote auch von Noach ist Mord und ist Blutgissen. Das ist eine von den Ergebnissen, was kann verursachen auch Mord. Auch nicht jemanden manipulieren, den Partner wegzunehmen. Zum Beispiel, wenn einer sieht, dass der andere eine gute Frau hat und er will sie haben. Und er wird sagen, ja, ich will erfüllen ein Gebot, du sollst nicht vermehren und fruchtbar sein. Oder das ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Hier steht geschrieben in der Tora. Aber Gottes Befehl ist eine Drive und Motivation für den Mensch, was anderes zu suchen. Aber wenn eine Frau ist, schon jemand gehört, oder Auto, oder Wohnung, oder sogar Esel, kommt nicht in Frage, dass jemand etwas tun wird, damit die beiden sollen sich trennen. Es steht eine Geschichte in Talmud, dass es war einmal ein Diener und er wollte seine Besitzerin. Und er hat getrennt zwischen dem Mann und der Frau. Und er hat sie geheiratet zum Schluss. Das ist nicht erlaubt. Oder ich habe auch gelesen, dass es war hier in Frankfurt, im 16. Jahrhundert, glaube ich, eine Familie. Sie hatte zu Hause eine sehr gute Hauselterin. So, richtige Nani, was passt auf die Kinder und kocht und backt und kümmert sich und zuverlässig. Und so eine Sache zu finden, ist manchmal noch schwieriger, als eigene Frau zu finden. Das ist ein großer Matana, wenn einer hat eine gute Hauselterin. Das ist ein großes Geschenk Gottes. Und es war eine Familie. Und sie hat gesehen, wie gut ist die Hauselterin von ihren anderen Besprochenen. Das war so Adel, so Osnim, so Königinfamilien. Und die haben die Frau, die Hauselterin, begehrt. Sie haben gefragt, ob die Leute bereit sind, sie zu geben. Sie wollten nicht. Sie haben sie angeboten, mehr Geld. Sie haben manipuliert und verschiedene schlechte Tricks gemacht, um sie zu haben. Und wenn ein Mensch kommt zu diesem Verbot, du sollst nicht begehren. Er kommt, du sollst nicht Gelüste haben. Du sollst nicht begehren. Du sollst nicht klauen. Also es kann bringen, zu sehr viele, zu eine Kette von schlechten Sachen. Und die Idee ist zu wissen, dass das, was der Schemann hat mir gegeben, ist meine. Und genauso wie meine Mutter gehört mein Vater, seine Frau gehört ihm. Verstehst du? Weil so ist er gewohnt. Und so wie ein Mensch weiß, dass seine Älteren gehören einer dem anderen. Genauso muss er mit dem Besitz von jemand anderem auch so umgehen, dass das gehört ihm. Und nicht mir. Verstanden? Ich glaube.